Die Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen bekommen Unterstützung von ihren Boyfriends. Beim Dreh in Los Angeles sind die Girls zwar fernab ihrer Liebsten, doch jetzt, während der Ausstrahlung, stärken sie ihnen den Rücken. Im Promiflash-Interview schwärmt beispielsweise Ida von dem Rückhalt ihres Freundes. Er ist ein großer Fan, er unterstützt mich auch so krass, ich bin auch sehr dankbar dafür. Und auch Nina kann auf ihren zukünftigen Ehemann zählen. Mein Verlobter unterstützt mich von vorne bis hinten, er ist unfassbar stolz auf mich. Für Anna-Maria ist diese Unterstützung sogar das A und O in einer Beziehung. Ich denke, das ist auch das Wichtige in einer gesunden Partnerschaft, dass man einfach hintereinander steht und einfach nur möchte, dass der Partner glücklich ist. Bei GNTM zeigen sich die Kandidatinnen aber schon auch mal freizügiger. Ist das denn ein Problem für ihre Partner? Tatsächlich dachte ich, er reagiert da ein bisschen negativer, aber der findet das auch nicht schlimm, also er differenziert das. Na, und somit steht einer erfolgreichen GNTM-Zeit also nichts mehr im Weg. GNTM-Zeit